Manchmal wäre Barbara Schöneberger gerne ein bisschen mehr wie Helene Fischer. Doch warum eigentlich? Barbara Schöneberger steht schon seit vielen Jahren im Rampenlicht. Und obwohl sie mittlerweile ein waschechter Profi in vielen Bereichen ist, gibt es eine Sache, die ihr auch heute noch fehlt. Disziplin. Eine Eigenschaft, für die sie vor allen Dingen ihre Promi-Kollegin Helene Fischer, 39, sehr bewundert. Barbara bewundert Helene Fischer. Anzeige. Wir hatten ja mal Helene Fischer hier. Und Helene Fischer ist einen Tag vorher da gewesen. Und die hat, glaube ich, drei oder vier Lieder hier gesungen und die hat sie am Tag zuvor geprobt, erinnert sie sich begeistert zurück. Und da dachte ich mir, ich hätte gerne diese Disziplin, weil ich verlasse mich immer auf mein Talent. Aber Talent ist der größte Feind der Exzellenz. Und manchmal denke ich mir, ich wäre so gerne etwas disziplinierter, etwas mehr Helene Fischer. Dabei würde Barbara sich so gerne einige Wünsche erfüllen. Ich habe eine Konstitution wie ein Pferd, aber ich habe nicht so viel Disziplin. Aber ich hätte gerne mehr Disziplin und mehr so dieses, jetzt nehme ich mal Tanzunterricht. Jetzt nehme ich mal Gesangsunterricht. Jetzt nehme ich mal mehr ab. Oder, weißt du, solche Sachen. Das kriege ich irgendwie alles nicht hin. Gestert sie in das Quiz. ARD. Ein Umstand, der die 49-Jährige manchmal ganz schön nervt. Ja. Wenn es um Disziplin geht, kann Helene Fischer wirklich niemand etwas vormachen. Die Schlagersängerin trainiert unglaublich hart und lässt sich sogar von Verletzungen nicht aufhalten. Und dann, wenn es um Disziplin geht, kann Helene Fischer wirklich nicht aufhalten. Und dann, wenn es um Disziplin geht, kann Helene Fischer wirklich nicht aufhalten. Und dann, wenn es um Disziplin geht, kann Helene Fischer wirklich nicht aufhalten. Und dann, wenn es um Disziplin geht, kann Helene Fischer wirklich nicht aufhalten.